Max Eberl ist für einige Neuerungen im Sport, zum Beispiel größere Tore, größeren Strafraum und, und, und. Soll man alles mal diskutieren können. Und ich finde, der hat vollkommen recht. Muss man alles diskutieren können. Größere Tore, größere Egos, größere Maulkörbe. Einfach mal diskutieren. Und meint der mit Fliegenden wechseln vielleicht die von Salzburg nach Leipzig? Max Eberl ist ja wohl einer der Kandidaten für die Salihamidzic-Nachfolge, der wiederum seine Tasche packen musste mit dem Abfindungsgeld. Ja, dann kann er ja in einem halben Jahr wieder die Wechsel von Salzburg nach Leipzig kritisieren. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass Max Eberl zu den Bayern wechseln will. Er sagt zwar immer, er will was Blechernis. Ja, Blechernis, aber kein Schrott.